Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin großer Fan von Challenges und in den letzten Jahren habe ich, glaube ich, so alles gemacht, was man machen kann. 30 Tage kein Zucker, 30 Tage kein Kaffee, 30 Tage kein Alkohol, 30 Tage lang 200 Push-Ups pro Tag oder auch 30 Tage lang jeden Tag joggen gehen. Und jedes Mal war die Idee, wirklich sich selbst ein bisschen zu schubsen und wieder aus seiner Komfortzone zu kommen, weil man wirklich über die Zeit immer bequem wird. So ist es auf jeden Fall bei mir und insofern bin ich ein großer Fan von Challenges. In den letzten Wochen bin ich über eine Challenge gestolpert, die in vielen Dimensionen irgendwie anders war, aber auch ähnlich wie die anderen Challenges, aber mich extrem wachgerüttelt hat. Und wenn du mal wieder nach einer neuen Challenge suchst, dann ist diese Folge heute perfekt für dich, denn ich werde dir verraten, was ich in dieser Challenge gelernt habe und warum du sie aus meiner Sicht auch unbedingt tun solltest. Als erstes bin ich natürlich neugierig, was deine letzte Challenge war, die du gemacht hast, vielleicht für 30 Tage. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich natürlich immer über Inspirationen und Sachen, die ich in der nächsten Zeit auch mal ausprobieren kann. Und insofern, wenn du in den letzten Jahren mal eine coole Challenge gemacht hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf, von dir zu lesen. Wenn wir heute in die Folge starten, muss ich ein bisschen Kontext geben, denn vor ein paar Wochen bin ich über ein Video gestolpert, was mich zum Grübeln gebracht hat und was auch der Auslöser für diese Challenge am Ende war. Denn tatsächlich hat ein erfolgreicher Unternehmer sich immer wieder die Frage gestellt, was haben die erfolgreichsten Unternehmer alle gemeinsam. Und da hört man ja so alle möglichen Sachen vom richtigen Geschäftsmodell, über Online-Marketing, über die richtigen Kunden, über was weiß ich, was es alles irgendwie gibt als Erfolgskriterien. Er ist aber aus einer ganz anderen Dimension gekommen und das war etwas, was mich hellhörig gemacht hat, weil ich darüber nie nachgedacht habe. Und zwar war die Anekdote, dass er früher eine Bar betrieben hat. Als Jungunternehmer hat er sich irgendwie da reingeschmissen, hat die Idee, ich mache eine Bar und einen Club auf und meinte, das waren die schmerzhaftesten Jahre, die er jemals hatte. Von Leuten, die betrunken, jede Nacht eingeschlafen sind in der Bar, die mit Flaschen geschmissen haben, die gepöbelt haben, die irgendwie ihn genervt haben jede Nacht. Und seine Schmerzgrenze war einfach ganz am Anschlag. Er hat irgendwann gesagt, hey, ich habe keine Lust mehr auf das Geschäftsmodell, so profitabel ist es dann doch nicht und irgendwie raubt es mir meine Lebensqualität. Und ist dann in die Online-Welt eingestiegen und hat dort ein sehr erfolgreiches Beratungsunternehmen aufgebaut und meinte, man ist das entspannt, diese Online-Welt. Weil einfach seine Schmerzgrenze so gedehnt war am Ende, war alles, was er digital gemacht hat, total entspannt. Von irgendwelchen Hate-Kommentaren, von irgendwelchen Artikeln, die negativ sozusagen über ihn publiziert waren, meinte er, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich damals in meiner Bar erlebt habe. Und diesen Gedanken fand ich so immens spannend, weil ich auch irgendwann in den letzten Wochen über ein Interview gestolpert bin von Joe Rogan und Elon Musk. Und ich habe das Gefühl, immer diese Interviews, gerade mit Elon Musk, ist etwas, was unglaublich inspirierend ist, um einfach zu verstehen, wie Menschen, die wirklich die reichsten Menschen der Welt sind, überhaupt ticken. Ich habe mir das Interview angeguckt und dann kam wieder diese Gedanke der Schmerzgrenze irgendwie in meinen Kopf, weil ich dachte, was wohl auf Elon Musk's Telefon jeden Tag an Nachrichten kommen. Da wird wahrscheinlich Meldungen kommen, was weiß ich, irgendeine Firma wurde gerade vom FBI irgendwie, wird untersucht und wir werden jetzt verklagt von, was weiß ich, jemand ist im Tesla gestorben, weil er irgendwie falsch abgebogen ist oder weil der Autopilot vielleicht sogar nicht richtig funktioniert hat. Und ich dachte mir so, wenn ich, glaube ich, Elon Musk's Telefon bekommen würde und diese ganzen Nachrichten bekommen würde und vielleicht auch jeder andere Mensch, würde man einfach umkippen und wäre so, wie kann man das aushalten? Ich glaube, dass so Leute wie Elon Musk natürlich da auch reingewachsen sind, irgendwann diese Schmerzgrenze sozusagen auch sich mit dem unternehmerischen Level so weiterentwickelt. Aber das Spannende war und das ist etwas, was ich von Tony Robbins auch irgendwann mitgenommen habe, dass viele Unternehmer ihr Unternehmen nur so weit skalieren und groß machen, bis sozusagen sie die Schmerzgrenze nicht überschreiten. Und das ist so hängen geblieben, weil ich das glaube auch und glaube ich auch etwas bei mir immer wieder gewesen ist, dass ich nicht so doll gepusht habe, wie ich vielleicht könnte, weil ich auch Angst vor einem negativen Backslash irgendwie hatte. Sei es von irgendwelchen Leuten, die Posts zu einem machen, sei es irgendwie von irgendwelchen Artikeln überein, was macht der Typ da eigentlich und so. Und dass ich das immer so ein bisschen unterm Profil gemacht habe und vielleicht auch Angst hatte davor. Und daraus ist auch die Idee am Ende für die Challenge entstanden, weil er meinte in dem Video, was er gemacht habe, fang an, Dinge zu tun, auf die du gar keine Lust hast. Und so wirst du über deine Zeit die Schmerzgrenze sozusagen erweitern. Und da kamen direkt zwei Beispiele bei mir in den Kopf. Zum einen meinte er, steh einfach mal extrem früh auf. Und ich muss sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig spät aufgestanden bin, irgendwie 8, halb 9 bin ich immer aufgestanden. Aber das war für mich wirklich Ausschlaf und hab gesagt, hey, wenn ich ehrlich bin, müsste ich mindestens um 7 aufstehen. Es wäre aber schon irgendwie nervig und hätte ich nicht so richtig Lust drauf. Und das war der erste Part von der Challenge, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich stehe mal um 7 Uhr auf. Es kann natürlich auch so was Verrücktes sein. Ich habe Freunde, was weiß ich, wie Maruan von Final Freelancing, der um 5 Uhr aufsteht. Und auch sowas ist perfekt so, jeden Tag etwas zu machen, was man wirklich hasst. Und das ist auch ein Konzept von David Goggins, dass er wirklich gesagt hat, mach jeden Tag irgendwas, was du hast und du wirst daran wachsen. So hatte ich den ersten Part. Und den zweiten Part, was ich lange nicht ausprobiert habe, ist tatsächlich Springseilspringen. Hört sich verrückt an, aber ich hatte immer die Überlegung, gerade hier in den spanischen Bergen ist es nicht so ganz einfach, Joggen zu gehen. Das war immer irgendwie ein Stretch, weil man gefühlt immer nur so einen Berg hochlaufen kann oder so einen Berg runterlaufen kann. Aber gerade Fläche gibt es wenig. Und dann habe ich nach irgendwas gesucht, was Konditionen irgendwie mir bringt, als auch irgendwie Springseil, also den ganzen Körper trainiert, also Cardio und aber auch irgendwie dem ganzen Körper irgendwie gut tut. Und dann bin ich auf das Springseilspringen gekommen und habe gesagt, ey, das ist es. Zwei Dinge, auf die ich gar keine Lust habe. Gerade mit Sport, ich prügel mich immer wieder und jede Woche dahin, aber bin kein Riesenfan davon, wenn es nicht gerade eine Sportart ist, auf die ich Lust habe. Und dann noch früh aufstehen. Und habe das jetzt wirklich die letzten 30 Tage konsequent durchgezogen. Ich kann dir sagen, die ersten Tage waren die absolute Hölle. A, ist es um 7 Uhr natürlich noch stockduster. Alles im eigenen Körper schreit so, warum würdest du jetzt aufstehen, Robert? Bist du völlig bescheuert? Ja, leg dich wieder hin. Und es war jeden Morgen wirklich ein Kampf von gefühlt zwei Minuten so. Und jetzt stehe ich wieder auf. Und jetzt stehe ich wieder auf. Und jetzt stehe ich wieder auf. Habe es dann wirklich gemacht. Und das Springseilspringen hat natürlich auch Konsequenzen. Weil ich habe jedes Mal eine halbe Stunde gemacht. So Tabata-Einheiten, immer mit ein bisschen Pause dazwischen. Aber eine halbe Stunde Springseilspringen, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Das hört sich erstmal relativ entspannt an. Aber wenn man das gemacht hat, dann zieht sich das schon durch den Tag. Und der ein oder andere aus meinem Team hat das auch ein bisschen abbekommen. Weil ich einfach so eine schlechte Laune hatte. Weil mich das am Anfang morgens schon so fertig gemacht hat. Das wurde Gott sei Dank in der zweiten Woche entspannter. In der dritten Woche nochmal entspannter. Aber die Gefahr ist natürlich, dass man dann jeden Morgen auch nochmal mehr pusht. Und nochmal, nochmal fertiger ist. Danach. Aber es gab ein paar Sachen, die ich daraus gelernt habe. Und ich werde die Challenge auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, so lange weitermachen. Bis ich sozusagen eine bessere gefunden habe. Was mir gut gefallen hat, ist wirklich dieses frühe Aufstehen. Man hat plötzlich viel mehr Tag. Ich bin auf jeden Fall jemand, der bis mittags so seine goldene Zeit hat. Alles danach ist so Prio 2. Und gerade abends kann man mich sowieso in der Pfeife rauchen. So, dass ich mich extrem freue, wenn ich um sieben aufstehe, dass wirklich entspannt Springseil springen kann. Dann noch entspannt mit Rio gehen kann. Dann noch vor allen anderen sozusagen an meinem Rechner bin und in meine Firma gucken kann. Und dann geht der Tag erst los. Also das ist ein sensationelles Gefühl. Und ein großes Learning, was ich als erstes hatte, war dieses mit Überwindung morgens zu starten. Das macht irgendwas mit einem. Also ich habe mir das irgendwie selbst so verkauft. Man liegt direkt 2.0 vorne, wenn man das schon fertig hat. Weil ich habe das Gefühl, gerade für mich so irgendwie Sport zu machen, morgen als erstes etwas, was ich hasse. Und das direkt im Kasten zu haben, das fühlt sich einfach gut an. Und es muss ja nicht das Springseil springen sein. Es kann ja auch irgendwas anderes sein, was du tust. Aber dieses sich morgens überwinden zu müssen. Und ich glaube, das ist auch so die Kunst mit dem kalten Duschen. Das macht irgendwas mit einem. Und das ist einfach sehr, sehr spannend. Dann habe ich zusätzlich gemerkt, dass ich mehr Energie als jemals zuvor habe über den Tag. Das ist halt wirklich Springseil springen. Und dann darf mich jeder Sportexperte gerne korrigieren. Wirklich sehr gut auf den ganzen Körper irgendwie geht. Und das sehr, sehr viel Spaß macht. Aber was ich insgesamt mitgenommen habe, ist einfach, dass Bequemlichkeit der Feind ist. Und ich glaube, das ist etwas, was sich wirklich über die Zeit und die Jahre so einschleicht. Dass man sich sein Leben immer bequemer irgendwie einrichtet. Und ich glaube, das ist echt eine große Gefahr, weil im einzelnen Tag macht es keinen Unterschied. Fünf oder zehn Jahre später, und das ist so ein bisschen meine Sorge auch später, dass ich, keine Ahnung, mit 50 wie so ein Hefekloß aussehe. Und dass man sich wirklich, wenn man es nicht schafft, jeden Tag sich rauszuschubsen daraus aus dieser Bequemlichkeit, dass ich dann irgendwann mit 50 aussehe wie ein Hefekloß. Und insofern muss man aber auch irgendwie seinen Glaubenssatz dahingehend drehen, dass man halt nicht glaubt, dass Bequemlichkeit irgendwie der Standard ist. Sondern, dass eher jeden Tag sich überwinden genau das Richtige ist. Und deshalb bin ich auch zum Beispiel ein großer Fan von dem YouTube-Kanal Seek Discomfort, also Yes Theory, die auch dieses Puschen, immer wieder in Dinge reinzugehen, die irgendwie unangenehm sind, um da dran zu wachsen. Und ein witziger Fun-Fact ist, und das habe ich irgendwie beobachtet, gerade bei befreundeten Unternehmern, die alle nochmal einen Schritt weiter sind als ich, auch unternehmerisch, dass die alle verdammt fit sind und fast alle davon ein Sixpack haben. Und ich war so, keine Ahnung, ob das ein Erfolgskriterium ist oder nicht, aber irgendwie haben die das alle gemeinsam. Und nicht nur, dass das etwas ist, was natürlich extrem cool ist. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich das irgendwie morgen hinbekomme. Aber es war etwas, was irgendwie spannend zu beobachten ist und was mich auch inspiriert hat. Hey, vielleicht ist es etwas, was Disziplin bedeutet. Sich wirklich jeden Tag aufzuraffen, Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat. Und das ist, glaube ich, etwas, dass das eigene Unternehmen auch immer ein Spiegelbild ist von seiner eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, dass man wirklich mehr auf der Reise ist, eine Persönlichkeit zu erschaffen, die dann auch wirklich so tickt, dass sie das Unternehmen entsprechend führen kann. Und insofern muss ich sagen, nach diesen 30 Tagen, springen sei springen, bin ich extrem großer Fan davon. Gerade das frühe Aufstehen, selbst heute noch, wo ich gesprungen bin, hat es mich Überwindung gekostet. Und heute musste ich tatsächlich nochmal 30 Minuten länger schlafen, um es dann trotzdem zu machen. Aber dass es dann jeden Tag etwas mit dir tut. Und vielleicht ist diese Folge wirklich nur gedacht, als kleine Erinnerung, mal wieder eine kleine 30-Tage-Challenge zu machen. Und gerade im Team haben wir das auch diskutiert. Eine Mitarbeiterin Liz hat zum Beispiel eine 30-Tage-Challenge gemacht, kein Kaffee zu trinken. Und sie meinte schon von Anfang an, und das war so cool, ich werde danach natürlich wieder Kaffee trinken, weil ich einfach den Geschmack so sehr liebe. Und natürlich kann man auch entkoffeinierten Kaffee oder so trinken. Sie meinte aber, ich mache es nur, um mir selbst zu beweisen, dass ich die Willensstärke habe, einfach 30 Tage darauf zu verzichten und sozusagen diese Disziplin aufzubauen. Und das fand ich so einen coolen Ansatz, weil es alles in diese Richtung Schmerzgrenze sozusagen spielt. Und insofern würde ich mich zum Abschluss extrem freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt. Wie gesagt, ich versuche das erste Video mit über 100 Likes hinzubekommen. Wenn du mir da mal hilfst, würde mich das extrem freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.